Da ist der Westernstar. 6900 PS. Warum ist eigentlich dieses Kabel so unfassbar lang? Oder sonst nicht so schlimm? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Hilfe. Weg damit. Ja, viel besser. So. So, jetzt ist doch hier. So, Zaun. Fall um. Geh weg. So, was sonst da? Bremsweg des Todes. So. Hier. Motorabstelle. Anhänger. Shop. Irgendwas reparieren. Gern. Nein. Sparenhals. Sattel niedrig benötigt. Boah. Heavy Deluxe. Aufpacken. Irgendwo war da eine Mission, wo wir die hohe Scheißelkuppen gebraucht hatten, dachte ich. Wo ist er denn? Wartungsanhänger. Ah, ich glaube, da brauche ich ein paar. Oh. Reparieren. Ziel. Westernstar. Achtung. Also will mich ja keiner aufheben oder was? Gut. Ich arbeite dran. Ich hab's ja gesehen von hier, aber ich werd noch schnell den Westernstar reparieren. Ich komm zu dir. Aber mein Motor läuft noch. Ich kann mich selber auch, oder? Das hatte ich das letzte Mal auch und dann bin ich noch mal umgefallen und dann war's vorbei. Ja. Achso, ich bin in die Brücke gepackt. Wow, ich hab keinen Schatten gekriegt vom Baum. Ich hab keinen Vorderreifen mehr. Er ist nicht da. Moment, das will ich mir angucken. Bleib mal da, wo du bist. Oh. Hier nun mal links abbiegen. Ist der Schulze als erstes umgefallen? Das hat man, glaub ich, auch noch nicht. Nee, aber das ist halt... Die Brücke ist gefährlich hier. Ja, aber Tastatur lenken ist halt immer dieses Signal ja oder Signal nein. Da ist nicht mit, ne? Justieren. Äh. 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 Ja, die Brücken ja auch nicht. Wie so schmal ist. Richtig wegschubsen? Oder geht's? Äh. 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 Wieso reife? So, da. Andere Seite. ja du meinst beide vorderen sind weg ein engel schnur oder ich zärtlich hier raus ich glaube du bist ein bisschen kaputt kann das sein ich ziehe mich vielleicht auch an dich heran wahrscheinlich nur aus der hitbox herauskommt rechts kannst du nicht rüberfahren aber daran irgendwann nach rechts ein paar reifen drehen nicht viele ja wir haben die bewegung da wenn man schwung versuchte ich mal und da zu ziehen wenn er doch 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 sich da vorne über die kante krieg rüber fahren ich tue mal umbauen hier bin ich oh was passiert da es gibt gleich ja ja ist doch gut sind vielleicht auch schon im lastgang plus hier ist bald auch kein untergrund mehr jetzt ist doch mal raus jetzt krieg ich noch immer noch nicht weggezogen ne oder doch hey reifen kommt wieder reifen ist wieder noch nicht ganz ja da ist schon mal schwung mein reifen steckt unter der brücke habe ich mir schon fast gedacht ich könnte mich ein bisschen von der brücke wegschieben ziehen wenn ich da jetzt die knallt muss dagegen war vielleicht auch mit der mutter jetzt wieder sind nicht mit drum noch rum ziehen ja diese autowende ist halt ein poppes ich ziehe mich jetzt jetzt komme ich noch nicht wieder an ich ziehe deinen reifen ja kacke ich befürchte ich bin hier komplett in der brücke gebackt ja schon rangezogen oh waldet doch schwung holen weit weg nett ranziehen ich sehe das immer das rad taucht dann unter der brücke auf das wird zu nichts werden ja aber oder du musst mich halt von der brücke weg könnte ich halt auch in den morass rein ziehen aber ich glaube das war einfach nur tiefes gelände hier das wäre aber so die beste richtung sage ich jetzt mal oh ja oh ja ja das rad ist bisschen korrigieren das rad ist frei ist das rad ist weiß ich nicht fahre ja ich bist da hier den gang eingelegt hat das vergeht doch bis morgen früh bin frei ja uhu du willst dich zurücksetzen hab ich noch nicht gesagt wo kommen wir eigentlich hin ich muss rechts ich muss rechts ich weiß nicht wo ich hinfahren soll nichts ich muss rechts danke für den schaden du hast mir auch gut gegeben am tank wo du mir dagegen geballert bist heul nicht rum ich hab dich da rausgeholt an denen hast du nicht rausgekommen das stimmt so ist der tank ja tank hab ich doch gesagt am tank hast du mich beschädigt hohe absicht soll ich dich da helfen oder kriegst du die drei Stahlträger ne drei Stahlträger da kriegst du nicht rum nur einen drauf habe ich zwei nicht vierer platz dachte ich ich glaube die brauchen drei oder sowas ne zwei brauchen die nur Stahlträger ja ja also ich hatte vorhin einen Stahlträger drauf und habe nur könnte nur einen mitnehmen so du brauchst ja auch nur einen ja aber ich könnte auch keinen weiteren mitnehmen aaaah so vielleicht sollte ich die mission noch aktivieren wo Meidling erfüllen äh ah tankstelle das ist ne gute idee ok soll da noch was drin für mich oder nur gibst du den komplett leer der ist komplett leer der ist komplett leer wie der ist komplett leer nicht rollen der ist komplett leer rum wir haben jetzt hier 100 Liter für dich verbraten dass ich dich da rauskrieg dann krieg ich nicht mal Sprit hier liegt doch noch ein na quatsch hier liegt doch noch ein Ding ich meinte auch den Tankauflieger und den hab ich noch nicht ges- alter ja ne ich möchte nicht am Kuh ich bin auch dann vorbeigekommen ja das geht geht schon aaaah ups aber das ist echt gewöhnungsgesache hier mit dem mit dem lenken und lenken nicht achso gewöhnungsgesache analoge Trigger versus digital ne ist halt ja up Fiere gesäten multiplying den von Fuh do w fünf du w index fern 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das mit dem Schnellgetriebe ist halt gefühlt eine komplett andere Welt Das war ich kurz erschrocken, Rumpel Ach, weil das noch eine Dreierbritsche ist Keine Vierer Ach, das hat das glaube ich jetzt mal auch schon gehabt Demzufolge Hä, Hilfe Das ist wahrscheinlich den kurzen Weg Kommen wir zum Mast 3 Ja Hier lang und hier gerade durch Sprüglos Muss ich abbiegen Vollgas Vollgas Äh, Baum Nix, Vollgas Bis spät, Horst Oh, sind auf einmal aus dem Baum ein paar Filke rausgeploppt Ja, bei mir So leichte Geräusche machen die Schalträger auch Da waren die Blöcke vorm Schlimmer Ja, die haben schon immer so gerumpelt Ja, Ziegelsteine waren glaube ich immer noch Das ist die Limit Komm, 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 komm Ja, die kommt Ja, die sind Das ist die Untertitelung des ZDF, 2020